Jaroslaw Skierzynski spätestens seit seinem Erfolg zum Beispiel Neustadt an der Dusse dort siegreich im großen Preis gewesen. Danach folgten weitere weitere sehr brillante Auftritte. Der Mann aus Polen in Le Munde, Jaroslaw Skierzynski mit Inferno. Inferno, das im Übrigen ist wieder Incolor, das ist Incolor mal Italic de Salimia. Nullrunde, 58er Zeit. Interessantes Pferd, muss ich sagen, Incolor, den werden wahrscheinlich auch noch einige kennen, den Hengst, der unter anderem natürlich auch mit Otto Waske selber im Rundsport erfolgreich war ein C in Dr. Hengst war das C in Dr. AG.